jetzt langsamer gerade ich falle hierher alter und der fährt jetzt links also nicht ganz was soll man denn machen sollen wir hier das noch mal namen oder sie für mich so aus aber ich kriegte nicht fast dran kommt noch zwei minuten ich werde erst am ende kriegt man so die chance dazu ich würde jetzt am liebsten schon scheiße da ich bin da dran ich bin da dran ich würde mir langsam ein bisschen also muss man noch mal berühren gleich ja hä ich habe ihn ein bisschen gerammt habe ich ihn alter ist ja voll schwierig ja wenn ich müsste einen neustart machen nochmal warum rammst du den baum weil er mich mag was war das denn ich habe ihn gerammt einmal noch mal er hat jetzt nur noch 17 leben das wird jetzt so gut passen da kommt bitte komm 37 sekunden noch boah das ist jetzt spannend das ist natürlich eine krasse mission jetzt richtig geil alter mit schadensmodell ich bin im wasser boah alter du wichser hier ich krieg dich komm einmal zehn sekunden noch wir müssen glaube ich neu machen ich krieg dir nicht mein auto ist so lahmarschig ja warte jetzt noch was mit neustart nochmal ja ok nochmal komm wir müssen die taktik irgendwie besten zwei seiten ich überspringe es einfach mal was brauchen wir uns denn nicht nochmal angucken ja erledige ihn schnell warum die eile die kopf natürlich diese art von job sollte man nicht zu lange rumgammeln verstehst du passiv bloß nicht entkommen sag ich mal fuhr der nicht genau dafür so hast du schon mal rally gefahren ähm länger nicht ähm länger nicht boah alter wenn man einmal ins schleudern kommt ist heftig scht baum baum Alter Typ der ist Hammer krass krass ey noch zwei minuten so ich weiß dass er gleich komm bitte einmal jetzt ey guck mal er fällt extra so langsam ja ich hab ihn einmal noch zwanzig leben hat er gut weil ich hab den einmal schön richtig von der seite gehabt jetzt werde ich dich auch von der seite kriegen ja 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 das war gut ich bin nämlich von der seite gekommen geht doch wichser geile äh erster erster du hast am meisten äh leben abgezogen ja gold schluss 2 auspuff sehr schön mal gucken schluss 1 natürlich einbauen ein kleiner stoß kamer geil ey das war eine geile mission war das auf jeden fall und das wird jetzt mit so einem ähm ja mit so einem Offroad Ding da erledigt ja er hat die Botschaft kapiert net wir sehen uns Hammer geil so dann kommen wir mal wieder auf die Karte was gibt's denn noch äh was sind eigentlich für Dinger Tempotest nein die Entführung sieht sehr gut aus es gibt jetzt also wie gesagt jetzt auch größere Sachen das sind so ja richtige große Rennen ich würd sagen wir versuchen einfach mal Vorsicht Farbe Vorsicht Farbe genau und von dort mal hin jo machen wir falsche Richtung oh es wird Tag und Nacht wechsel Hammer sicher das müssen die auch bringen bei so einem Spiel ja das könnten die nicht machen ne ist nicht wie was denn das war nicht das Rennen nein nein weiß ich aber das ist auch ein Rennen hätten wir auch machen können ja ich weiß aber ich fahr jetzt das müssen die aber auch bei so einem Open World Spiel machen das geht nicht anders das stimmt egal wenn man einmal aufkommt fährt ist vor das Auto versaut ja mit Spritzern mit Matsch und mit allem drum und dran sieht sowieso gut aus also das ist echt ein Spiel wo man hätte gut drauf gewartet hat was jetzt springen die Landezone ja da musst du halt wie gesagt auch die Landezone wissen wo die ist wusste gar nicht das letzte Mal wo die jetzt war darum mag ich es auch lieber nicht ich hab die Ausfahrt verpasst weil ich was gelesen habe oh Alex 3105 ist der meistgesuchte au 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 der bestimmt scheiß am stecken jo da sehe ich auch Polizei an seinem Ding ne oder verfolgt mich Hammer ich schon das zweite Mal jetzt achso du bist das ich denk schon wer fährt da denn so bekloppt jetzt das sind so Vorstädtchen von Detroit so coole aber also Mafia das sind hier Sehensfindigkeiten die kannst du auch hier angucken und dann sind die halt schon mal ja aktiviert da kriegst du Punkte okay war nur ein bisschen aber immerhin das wär geil das war geil okay das jetzt nicht mehr aber aber so beide gleichzeitig Z annehmen also das Spiel ist jetzt nur immer richtig positiv also nicht so am Anfang wo ich denke oh beim Rennspiel die werden schon immer gleich bleiben ey die Stadt Briggs aber ich will halt was können wir machen wir machen jetzt noch ein paar Missionen bis wir das Tattoo vielleicht haben vielleicht dauert es ja gar nicht mehr lange oder nach irgendwo hinfahren nach Los Engine ist irgendwie so irgendwann haben wir die Mission schon die haben wir schon ja aber warum wird hier nochmal angezeigt oder werden die angezeigt nur anders halt oder schwieriger dann schwieriger genau aber ist auch ein anderer Ort ne wo wir jetzt fahren ja oder ist neuer Wagen ne das ist genau ne ne das ist der gleiche ja hau rein hau rein jo I'll go soo fuck fuck du hast den X getroffen ey ich hab kein Leben abbezogen ich hab auch nichts gerammt ja du fährst einfach durch die Mitte ne pass auf wo du hinfährst verdammt oh das gute teure Auto ey du weißt wie oh wir holen sich die Mission doch immer mal wieder das könnte auch sein wer aber wobei doch das nannte Strecke glaube ich jetzt ja nee 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 gar nicht das kenn ich hier guck ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke schmiert das Getriebe was ist mit dem V8? kommt der auch mal? noch nicht aber wenn ich mein V4 hab vielleicht oh fuck Zug Alter da vorne ist es ich denkst du Zug was wartest du? scheiß Stau bin gleich da sehr geil sehr geil der Unspaß richtig geil obwohl wir die nur mal gemacht haben ne mal gucken übers Ende mal schauen guck das ist gar nicht jetzt mit dem oder? Stufe 4 vielleicht ist das einfach um äh Level aufzusteigen Gold und was hab ich gewonnen? was hab ich? was hab ich? was hab ich? was hab ich? Reifen ich hab auch Reifen Beschleunigungsbonus äh Krippbonus hab ich aber schon trotzdem ausstatten ja man kann aber auch wenn man es nicht haben möchte in Werkstatt liefern ne genau rück durch rück durch doll 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 äh doch das wird ein Schiff das sollte mal ein anderer gewesen oder? na das ist der gleiche Wagen doch ist er auch der gleich stimmt nicht mehr lange Junge oder sieht man angezeigt dass man die beendet hatte kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht so wir haben im Auto drin ich guck nochmal auf die Karte das interessiert mich jetzt ein bisschen Vorsicht Farbe doch der ist immer angezeigt ein kleiner Stoß das hatten wir auch Parttest hatten wir auch aber man sieht da auch wie man das beendet hat glaube ich Silber Gold die wo äh die wo ähm noch kein so ein ähm Dings so ein hier wie nennt man dieses Blume drum da unten ist noch eins in der Klemme ah da markieren Blickpunkt setzen umdrehen jetzt müssen wir noch ein bisschen lernen dass wir beide uns nicht rammen alter guck mal äh tschüss wo ach ich musste anhalten was ist das für ein Dings Quetsche durch dich durch die Tore ah ah die werden enger 3 3 3 da schon verpasst 5 6 ich auch oh alter der Auto das ist so er ist halt ein Chefrolet ne Chefrolet Chef Chefrolet eh ok weinst du auch noch nicht ja Chefrolet ok ich hab auch bronzen wenigstens etwas und bremsen neue bronze ja natürlich einbauen schade dass der dann immer anhält und so noch ja das müsste für dich ein bisschen anders sein genau das halt in einem Fluss einfach so ist ja und wie gesagt so 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 nicht immer äh fliegt da fahr ich jetzt vorbeikommen äh fliegender Start ich mag gerne auch mal so richtig starten vielleicht kommt das noch irgendwann ja hoffentlich weil fliegender Start mach ich nicht gerne das stimmt uuuhh Ausfahrt hä das fand ich total irritierend ja das war das Navi ein bisschen komisch man darf glaube ich nicht immer darauf achten ne wie in echten Leben ja so jetzt Verkehr das sieht richtig geil aus abends hier ey boah mit den Lichtern und Unfall und da ne sieht total geil aus ey auch ich frag mich wie das in New York ist bei Nacht ja da war ich noch nicht ich war nur beim Tag bei New York das sieht übelst fett aus weil das halt so groß ist ja und bei Nacht mit den Lichtern ja fände ich mir gut vor